Tja, ich hab ne Mikrowelle, jetzt gibt's Ärger. Dalu ist schon hier wieder irgendwie, da krieg ich ja schon wieder... Krabsel. Wer ist denn da? Die Krabsel. So wie die Putze. So flach ist wie die Putze, ey. Da krieg ich die Krabs, ey. Da krieg ich die Krabs, ey. Da krieg ich die Krabs. Ich bin, äh, Detective. Wer? Ich bin, Trader. Daniel, äh, Wolfskin. Dalu, pass los auf, was du sagst, ey. Äh, ne, Daniel ist ja auch der andere. Stimmt schon. Vorsicht, ich hab hier ne Mikrowelle, Wolfskin. Möchtest du dir was kochen hier? Das ist der... Au. Vielen Dank, das ist sehr nett von dir, Grants. Wenn ich gleich sterbe, ist es Grants geworden. Ja, wenn ich... Grants hast du gar nicht geschossen, du Sau. Nein, 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 ich hab auf Shaffi, weil ich wollt gucken, wie er reagiert. Und, wie hat er reagiert? Gar nicht, irgendwie. Mit Bad Be Wounded reagiert. Ich hab... Oh, das war ich aber nicht! Weg hier! Er ist einfach jemand, Wolfskin! Aber von wo? Wie du einfach da stehen bleibst. Alter, ey. Ich hol mir jetzt erstmal eine richtige Waffe. Bist du hier bei mir? Komm mal her zu mir. Warte, ich wollte hier irgendwo... Liegt hier immer ne Diegel. Ja, ich hab die Diegel. Lebst du noch? Ja. Ich bin angesnipert, Leute! Ich hab nur noch 50 AP! Okay, Dalu ist es nicht, weil sonst hätte gesagt, der hat nur noch 20. Da oben rechts. Da oben rechts drin. Wer ist denn der Sniper? Also habt ihr ihn auch gesehen oder gehört wenigstens? Ich bin hier in dem Turm, aber hier ist keiner. Es muss vom Turm oder so kommen. Also von dem Großen hier mit den 3 Etagen kommt es nicht. Ja, aber dann müsstest du ihn ja sehen. Von daraus ist es noch alles. Nee, ich sehe, ich sehe hier keinen. Ich sehe Ralf, wenn ich tot bin. Ralf, ist es! Ralf hat an AWP! Ralf hat an AWP und hat nur noch einen Schuss. Er steht auf dem Dach, wo man den Knopf drücken kann. Okay. Nein! Jetzt hat er keinen Schuss mehr. Alter, deine Mikrowände macht mir das Leben schwer. Ralf und ich batterle uns jetzt hier. Jetzt kann sein, dass ich down gehe. Wo ist denn hier? Du gehst definitiv Dalu. Auf dem Dach mit dem Knopf. Kenne ich die Map? Weiß ich, wo der verdammte Knopf ist. Er hat mich ausgetrickst. Er ist runtergekommen. Nein, er ist doch nicht runtergekommen. Hab ihn. Hab ihn. Hier. Dalu hinter. Auf der anderen Seite. Ach, scheiße. Dalu ist auch tot. Toll. Ha! Scheiße. Rechts, rechts, rechts. Dann identifizieren wir aber die Leichen. Hier, Ralf, ich habe Ralf und du siehst, er hat Schaffi getrickt. Ralf ist Traitor. Ah, so warte, warte, warte. Schaffi ist tot. Nefias oder Krabs? Weiß ich nicht mehr mehr Bruch. Achso, hier. Dalu ist auch tot. Die Leiche sehe ich aber ich werde sie nicht identifizieren, weil ich hier gesnipert werde. Keine Ahnung wer es ist. Ich sehe ihn nicht. Wenn ich schießen soll. Scheiße, ich bin dumm. Ich habe Ralfs Leiche nicht runtergeschmissen. Okay, Nefias ist es. Er hat Krabs getötet gerade. Dalu ist für mich nicht konfirmt, der da ist. Nein. Ja, ich sage ja. Ich habe aber gesehen, dass Ralf ihn getötet hat. Bloß, ich wurde da angesnipert. Wenn du ein Radar hast und mir sagst, wo Nefias sich auffällt, dann... Wenn ich das mal wüsste, wo ihr ein Radar seid. Wo bist du, ist die Frage. Welche von den Radarblips. Ich bin... Gerade bei diesen... Ach, schwer zu erklären. Warte, hier ist die Leiche von Kra... Hä? Ah, okay. Halt. Krabs hat eine Dinge ins gelegt. Eine Fake-Leiche. Also Krabs ist er? Ja. Ah, hier ist er! Was? Krabs, du alte Nudel. Ich seien. Was? Bist du? Das hättest du gerne gewusst, ne? Ja. Bist du Detective? Ich? Nein, ach Quatsch. Detective? Woher denn? Explodiert? Weiß ich nicht, Krabs. Irgendein böses Ding. Bader Boom ist da explodiert, wa? Alter. Ich hab ne Schnellfeuer-Sniper. Vorsichtig. Nein! Wieso? 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 Du hättest wissen müssen, dass Ralf mich nicht erschossen hat. Weil als du Ralf durchsucht hast, müsste oben rechts dann auch direkt mein Name auftauchen. Weil dann siehst du alle, die der Traitor erschossen hat. Stimmt, ja. Krabs hat noch mit auf mich geschossen. Stimmt, daher wusste ich ja auch, dass Ralf... Hab ich dich denn erschossen? Jaja, du musst mich erschossen haben. Weil sonst wäre das nämlich... Ich hab aber mal mit du aufgeschossen. Also ich hab dich erst von hinten angeschossen. Weil ich dachte nämlich... Wem hast du mich erwischt? Ne, hast du aber recht. Weil ich hätt ja wissen müssen dann... Weil da stand ja auch, dass Ralf dann Schaffi getötet hat. Ja eben. Klar. Ich hab das nicht erwischt, oder was? Ja, du hast mich erschossen, weil... Weil ich hab mir nicht... Zum Schluss. Du hast... Äh, wen? Du hast mich erschossen, Krabs. Ja, das weiß ich. Ja. Irgendwie... Soll dich nicht getroffen haben? Ne, wir waren auch am Leben. Oh nein! Schaff ich Detektiv? Wenn ich jetzt sterb, ist es reif. Schaff ich um Detektiv? Ich bin Detektiv. Ich glaube, er ist es. Na, durch den. Ja, genau. Ich bin Detektiv-Trader. Detektiv-Trader. Was machst du nicht? Auf diesem Dach hier hinten, wo du jetzt auch bist, ist nie was. Auch unten ist nix. M16. Das ist halt total... Ey, hier unten geht's runter? Ja. Das wusste ich nicht. Ne, kommst du in den Garden. Was hast du da? Sniper. Was hast du? Ne Diegel? Nein. Keine Diegel? Die Diegel zum Diegel haben oder was? Stardus verfolgt mich irgendwie. Nehmen Abstand. Ja, geh. Hallo, hallo, hier du! Hast du ne Diegel? Nein, aber willst du eine haben oder? Ja. Hier sind sie alle. Hier ist richtig Action. Ach, ist das... Hast du die Sniper gehört? Nein. Ey, hab uns hat einer geschossen. Ach, Schaffi, Schaffi, sorry, 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 sorry. Hier sitzt da noch einer. Über uns, über uns. Ich dachte du wärst... Du hättest auf mich geschossen, aber... Du hättest auf mich geschossen, aber... Ja, du hast nicht nur zwei Leute sein. Ich hab nur die Sniper geholt, ey. Ich will wieder hochkommen. Lass mich dann wenigstens vorbei, Grants, wenn du mir nicht glaubst. Ja, hier geht's lang. Da und dann nach hinten rüber. Ach, das ist Crabs. Bob, sorry. Bin schon lange gefallen, hab ich... Flogen. Flogen? Ja. Hier ist keiner runtergefallen. Hier ist keiner runtergefallen. Irgendeiner hat sich verletzt. Wo denn? Ich hab grad irgendwie Probleme mit der Leiter. Die ist super. Ralf von tot? Ralf ist hier bei mir. Achso. Pass auf das Dach auf, Grants. Das ist das Dach, wo ich immer sterbe. Das schlimmste Dach von allen, ey. Alter, hier geht's ja rein. Hier hat wieder einer gesnipert. Hier hat wieder einer gesnipert. Hier hat wieder einer gesnipert. Ja, denn... Drei Finger war das. Wann ist das überhaupt die ganze Zeit? Der ist in der Mitte hier. Nee, Fias hat auch... Schaffi, Schaffi... Der hat einer... Ich wurde angeschossen. Auf mich wurde doch geschossen, Mann! Achso. Von wo denn? 70 auf den noch. Ja gut, okay. Sorry, sorry. Ich werd angeschossen, ey. Da, Lu is es. Lass mich mal... Drei Finger ist auch mit der Sniper, nicht dagegen. Nein, ich wollte nur die Worte. Ich werd angeschossen. Ja, ja. Schaffi, du kannst... Als Detective kannst du dir ein Health Pack kaufen. Ich hab keine Ahnung, leider, wie das geht. C, C. Alles klar. Halt, Crap... Halt, Dalu, lebst du noch? Ja. Wir haben aber irgendwie alle ne Scout. Ralph hat ne Scout. Alle. Ich hab auch eine. Grenz hat ne Scout. Auf der Map nochmal. Aber meins ist noch komplett voll. Ja, meine auch. Ah ne, ich hab einmal auf Schaffi geschossen vorhin. Weil ich gedacht hab, er hatte auf mich geschossen. Grenz war das, oder? Ja. Ja, das war Grenz. Grenz geht gerade runter aufs Dach. Vergegen wir von diesen roten Dächern da. Weil ich ihn mal ausgestern wollte. Das geht ans Haus rein. Das ist abgehauen. Das ist einfach aufgehauen. Ne, der ist noch da. Grenz. Nach uns. Nach Valve und nach mir. Dalu bist du noch im Leben? Okay, dann ist es, äh. Dann ist es Wolfskin. Er war vorhin mit Dalu alleine. Es sind eigentlich alle noch im Leben. Wenn ich Wolfskin seh, töte ich ihn. Wer hat denn hier den Enterhaken? Der zieht auf mich, Valve? Ich glaub nicht, dass Shaffi den Enterhaken hat. Wer hat denn? Ich hab voll Schiss auf. Ich weiß nicht, von wo die Leute kommen und wo sie stehen. Ich sehe einfach nur dich. Okay, Dalu ist es. Dalu ist es. Das war die letzte Grenz. Okay. Wunder bist du, ne? Ich glaub ich hab ihn nicht. Der hat mich mit einer Dings abgeknallt. Der hat mich mit der Granate auf mich geworfen. Dalu ist da oben. Er hat den Enterhaken. Wo ist er? Er ist da oben, wo wir nicht hinkönnen. Ja, ich komm jetzt runter. Ja, ich komm jetzt runter. Da ist er. Wo ist er? In die Richtung, wo ich ihn schaue. Ja, er hat da wohl einen Enterhaken. Der kann da so überall sein. Da, da oben. Da oben ist er. Da rechts. Da oben auf den Enterhaken. Jawoll. Aua. Walf, warum machst du das? Ich hab Dalu, glaub ich, getroffen. Zumindest, klang ist so. Ich geh lieber weg, ey. Jetzt schießt der Walf einfach auf mich. Ich bin ihm jetzt nicht sicher. Ich hab's heute echt. Ich schwitz voll hier die ganze Zeit, ey. Von der neuen Maus her. Ohne Scheiß, Mann. Das Ding ist voll. Ich sag dir immer nicht, was es ist. Schleichwerbung. Ja, genau. Hallo, Craps. Oh Gott, da zieht doch einer auf mich. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich hier. Ich zieh auf Ralf und auf Craps. Deinen Arm können wir nicht merken. Nefias. Nefias. Sorry, Mann. Nefias. Ich geh jetzt mal zu dir rüber. Du siehst so verdächtig aus. Ich. Ich hab Dalu grad erschossen, wenn er... Er war Traitor. Ich hab Dalu erschossen, oder? Ja, wir haben beide dann auf ihn geschossen. Dann weiß man nicht, wer es war. Weiß man schon, was er war? Ne, ich... Hat noch keiner confirmed. Oh. Jetzt sollte das mal einer machen. Ja, ich... Versuch's. Das war ich, das war ein Fass, das ich weggemacht hab. Ja, Dalu kommt bei Traitor. Okay. Hey. Oh. Wer liegt denn seine Dings? Wer liegt denn hier? Wolfskin. Inno. Old Detective. Also... Wolfskin, Shaffi und Grenz hat dann... Ralf oder Craps? So, wer ist es? Der Inno kann jetzt den anderen erschießen. Ich bin Inno. Ich hab gerade den Dings hier confirmed. Den Dalu grad. Also, wer lebt noch? Ey. Ralf snipert. Oh. Mist. Verdammt. Bei acht Leuten immer? Bei acht Leuten immer noch 30? Ja. Okay. Ah, Wolfskin, ey. Das war so... Nee, ey. Das hätte es müssen müssen. Vor allem, ich hab den Namen noch gesehen. Ich wollte wegrennen, aber ich konnte ja nicht. Ich war ja auf so einem scheiß Dach, ey. Aber in dem Moment, als ihr mich alle verdächtig habt, wurde ich wirklich nur angeschossen und habe nicht geschossen. Kann man nix machen. In diesem Moment habe ich wirklich nichts getan. Kann man nix machen. Aber wer hat mich denn einfach so angeschossen? Das hätte ich gern gewusst. Keine Ahnung. Das war ja voll random. Ich hab... Also, nee. Hinterher hab ich auf dich geschossen. Hinterher nie. Ganz am Anfang, meine ich. Wo ich direkt angeschossen war. Oh, Dalu ist es! Er wurde angeschossen, ey. Wo schießt ihn alle ab? Dalu ist es. Ist ja auch nicht so unrealistisch, nicht wahr? Ja, irgendwie... W ist ein Zwei-Mein-Folge Traitor, wo es geht. Uuuuh! W ist es aber... W ist es aber... Zwei-Mein-Folge, ey. Ja, jetzt hast nix zu lassen. Wer ist ein Detective Traitor? Ich werd dir folgen, ey. Ich bin Traitor Traitor. Ich bin der Traitor der Traitor. Ja, Mutti! Ich bin Inno Star. Der Dalu ist hinter mir. Da ist einer in dem... Ach, in dem Raum ist einer drin, in dem Haus. Da ist der Knopf drin. Ja, da ist einer Knopf drin, um das Haus einstürzen zu lassen. Das Haus, auf dem du... Das Haus, auf dem du drauf bist, stürzt, dann ein. Ich bin da gespawnet. Du hattest noch ne Kippe gedreht. Ja, ja, klar. Du hast einen Knopf rumgedreht. Wenn jetzt... Regener das Zeit hat hier die ganze Zeit... Einer ist runtergefallen. Ja, er hat gesnipert. Ja, er hat gesnipert, glaube ich. Ja, und er kann ihn nicht konf... Er hat die Leiche runtergeschmissen! Er hat die Leiche runtergeschmissen! Wer, wer? Ich meine entweder Xenix oder Ralf. Nein, er ist runtergeschmissen. Xenix hat die Leiche runtergeschmissen. Ich hab's gesehen. Hier ist Ralf. Ralf hat das Explosive fast geschossen. Oh Gott. Ich hab gerade Xenix erschossen. Ja, er hat auch die Leiche runtergeschmissen. Ich hab's live in der Aufnahme. Ich hab das live in der Aufnahme. Ralf hat gerade ein Explosives fast vor mir kaputt gemacht. Ralf ist jetzt tot. Ralf ist jetzt tot. Er kann nichts von dir kaputt gemacht haben. Okay. War er's? Er war innocent. Ich identifiziere ihn. Nein, er war inner. Xenix war auch innocent. Dann bist du das. Wer lebt denn da noch alles? Du bist Detective und du lebst noch, ne, Wolfskin? Ja, ja. Dann ist es da. Nein, Shaffi lebt auch noch. Krebs und Grenz, oder nicht? Und Nephias. Ja, da leben ja noch fast alle. Krebs hat Xenix erschossen, aber Krebs ist auch tot. Aber Xenix wird noch als Terrorist angezeigt. Aber Xen... Wie? Nicht als Missing in Action. Der ist definitiv hier gestorben. Und der ist innocent. Xenix wird als Traitor angezeigt. Ja. Nein, als Terrorist noch. Wie kann ich denn so identifizieren, dass wir das alle sehen? Wenn ich Alt E drücke, was muss ich denn danach machen? Dann nix, dann siehst du's doch für dich. Ja, dann mach doch eh, damit du's für alle machst. Einfach auf die rote Schaffel. Schaffi, warum wolltest du das denn nur für dich machen? Nee, nee, ich seh ja hier nix. Ich kann das nicht duken confirm, Death. Hast du doch grad. Hast du doch grad. Achso, das war irgendwie... Da wurde geschossen. Ja. Okay, auf wen und von wem? Leute, ich glaube, es ist Dalu immer noch. Wer lebt da noch? Okay, es leben nur noch die Traitor und Wolfskin und ich. Nein, nein. Nur noch du und ich. Wieso werden die denn alle nicht mehr als Missing in Action? Weil die keiner durchsuchen... Missing in Action siehst du nur, wenn du Traitor bist. Siehst du tote Leute? Ah, das wusste ich nicht. Ja, ich weiß. Das habe ich immer ausgenutzt. Ihr Assis. Und mit ihr meine ich nicht. Du hast das nämlich immer so oft gesagt. Bla, 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 ist Missing in Action. Ja, ja, Grants. Gut zu wissen. Das wusste ich echt noch nicht. Ich weiß. Nach über 3 Millionen vollen Themen. Ja, man muss sich ja noch ein Ass im Ärmel aufheben. Ei, ei, ei. Scheiße, Mann. Das ganze Haus ist vermint, Dalu. Viel Spaß. Ich will euch mal was vermint ist, ey. Endlich zeigst du mal dein Gesicht. Mit einer Shotgun. Ich habe hier alle Waffen drin. Mhm. Hast du gerade eine Bombe gelegt? Nee, aber du vergisst eine Sache. Was könntest du vergessen? Wenn du dir eine Bombe legst. Nee. Man kann das Spiel zu zweit immer noch spielen als Traitor. Kannst aber leider nicht mit dem Enterhacken hier rein. Die Fenster sind alle zu klein. Ja, weil ich kann den toten Traitor wiederbeleben. Ja und? Da kann auch nichts. Auf deinem Haus liegt eine Bombe. Ich bin zu dick. Oh, du kommst da wirklich raus? Verdammte Kacke. Ich bin tot. Ich leb nicht mehr. Ich wollte einen Revolver in Key, Mann. Ich spreng mich. Ey, ich habe nicht gedacht, dass du da rauskommst. Wieso bist du dauernd Traitor, Dalu? Ey, ich habe nicht gedacht, dass du da durchpasst. Ich wollte jetzt schön locker ins Haus gehen. Jetzt sehe ich alle als Missing in Action wieder. Dalu ist ein Traitor. Dau, 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 Dau.